Ihre Primetime Highlights. Heute um 20.15 Uhr. Auf ProSieben mischt ein Kleinganova die Unterwelt Shanghai's auf. Kung Fu Hustle. Bei Kabel 1 nimmt der Prozess gegen einen Mafioso eine dramatische Wendung. Without a trace. Und in Sat.1 stürzt sich Weihnachtsmann Tim Allen ins totale Chaos. Santa Claus 2 eine noch schönere Bescherung. Die beste Unterhaltung. Ihre Primetime Highlights. Heute um 20.15 Uhr. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017